Was kommt nach dem Tod? Eine Frage so alt wie die Menschheit. Nach den Aussagen der Bibel ist gutes Handeln auf dieser Erde nicht vergeblich. Doch was heißt das konkret? Können wir uns den Himmel erarbeiten? Im Buch Himmlische Belohnungen möchte Autor Mark Hitchcock Licht ins Dunkel bringen. Dabei macht er unmissverständlich klar, dass Christen glauben, dass sie allein durch Gottes Gnade gerettet sind. Dennoch sind Taten wichtig. Himmlische Belohnungen. Konkret, herausfordernd und biblisch fundiert. Das Buch. Jetzt erhältlich in Ihrer Alpha Buchhandlung.